Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh Mann, der findet doch sowieso nie was. Loser. Dabei hatte er nie viel Glück. Du wirst der beste Schatzsucher der Welt, wenn du älter bist. Bis zu dem Tag, an dem das Schicksal ihn zur Legende machte. Und dieser Schwachkopf kommt da runter, bevor er sich noch verletzt? Nun ja, mehr oder weniger. Du bist als Bauarbeiter angestellt, nicht als Archäologe. Ich hab hier wirklich was, ich spüre es. Hast du wieder eine deiner Entdeckungen gemacht? Die Entdeckung. Es ist nur eine Nachbildung. Also, hör nicht auf zu träumen. Nur immer weiter, wie ein rollender Stand. Hat das Thomas Jefferson gesagt? Nein, das ist für Bob Dylan, aber es ist perfekt. Atlas Film Home Entertainment. Das ist der Schlüssel zur goldenen Stadt von Pai Titi. Nimmt sie mit auf eine Reise voller Abenteuer. Ich gehe nach Machu Picchu. Ich komm mit. Ich hab die verlorene Stadt gefunden. Mit ganz besonderen Helden. Sehr gut gemacht, Belsoni. Also brechen wir auf. Zur Nazca-Wüste. Boss, ich glaube, wir kriegen hier Ärger. Und eine Menge Überraschungen. Ich bin dein Vater. Was? Weißt du was, Bandasenkopf? Eines Tages bin ich erwachsen und habe keine Angst mehr vor dir. Bald überall erhältlich.